Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Heute wieder zu dritt, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession auf jeden Fall. Letzte Woche, für euch war es letzte Woche, für uns vor fünf Minuten spannende Folge, die mir auch ein bisschen näher gegangen ist. Ich hoffe, oder wir hoffen, die hat euch auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen und werden uns natürlich auch euer Feedback dann durchlesen. Jetzt erst mal hallo in die Runde, servus Benji, hallo René. Moin Moin. Du hast übrigens ein schönes Bild im Hintergrund, René. Das ist Einstein. Albert Einstein. Das ist der gute Einstein, ja. Ich habe dieses Bild einfach gefeiert, weil da draufsteht, es ist Einstein und da steht drauf Think Different. Und das ist so einer meiner Kernpunkte in meinem ganzen Leben. Ich habe immer wesentlich anders gedacht als alle anderen Menschen. Wenn alle Menschen linksrum gerannt sind, bin ich stellenweise aus Prinzip schon rechtsrum gerannt. Einfach um mal zu gucken, was passiert. Denn wenn du das machst, was alle machen, endest du da, wo alle enden. Und das wollte ich in meinem Leben nie. Finde ich einen guten Einleitungssatz. Ey, das könnten wir uns mal überlegen, so Einleitungssätze, so am Anfang, so irgendwelche Zitate oder so. Das ist mal so eine Hausaufgabe für euch. Jeder überlegt sich mal immer jetzt so ein Zitat und das darf er dann vortragen am Anfang. Was, wir sind hier nicht in der Schule. Ja doch, so ein bisschen Lernen, so ein bisschen Bildung schadet uns. Ich traue schon so oft sozialpädagogisch Wernvolles raus. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil so Zitate lese ich sowieso ganz viele, so über den Tag. Ich meine, das ist halt, wenn man jetzt hier so zwölf Stunden am Tag auf so ein elf Monate altes Baby aufpasst, brauchst du irgendwas, wo du dein Hirn mitfüttern musst, ab und zu. Siehst du? Also. Okay, ich bin für die psychologischen Sachen zuständig. Richtig. Du kriegst auch noch deine Special-Folge. Das wird dann die nächste Folge, Psychologie. Ach, René, das ist doch eigentlich perfekt fürs Traden. Also das Traden ist das Mindset ja das Beste. Also dieses immer gegen den Strom. Wenn du zu den fünf Prozent gehörst beim Traden, die Gewinn machen. Also ich meine, wir sind ja hier im Krypto-Hermor, da können wir auch mal ein bisschen über Krypto reden. Dann müsstest du ja relativ schnell ein Vermögen machen beim Traden. Was heißt schnell? Traden ist kein Schnellwetterreicht-Prinzip. Und die psychologische Komponente im Traden, die ist sehr, sehr massiv. Komm drauf an, wen du da fragst. Sehr, sehr ausschlaggebend. Wenn du so. Ja, wenn du aus 100 Dollar in einem Jahr 5000 gemacht hast, dann hast du mehr Glück als Verstand gehabt. Ja. Das ist einfach so. Das ist kein Schnellwetterreicht-Prinzip. Wenn du konstant, sage ich mal, acht bis zwölf Prozent im Monat machst, sagen wir mal einen Monat mehr, einen Monat weniger, dann bist du schon wirklich gut dabei an der Stelle. Und wenn du dann mit 100 Dollar in einem Jahr 5000 machst, dann hast du weit mehr Glück als Verstand gehabt. Und wie lange bist du jetzt schon dabei beim Traden? Weiß ich das gar nicht. Kurz vorletzt im Bärenmarkt habe ich quasi angefangen. Aber um ganz kurz einmal... Ja, nach euch definitiv. Aber um einmal ganz kurz auf das Psychologie-Thema zurückzukommen. Gegebenenfalls können wir daraus auch zwei oder drei Folgen machen. Dann erzähle ich vielleicht noch zwei, drei private Storys oder so zu dem ganzen Thema. Dann gehen wir da ein bisschen tiefgreifender rein. Denn es ist, finde ich, sehr, sehr umfangreich auch. Vor allen Dingen in der heutigen Gesellschaft mit psychischen Krankheiten und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr groß, diese Komponente. Und wird sehr, sehr viel in unsere Gesellschaft totgeschwiegen. Und das finde ich einfach schade. Das tut weh und das macht einfach wütend. Und auf der anderen Seite laufen die Praxen für Psychiatrie, Neurologie, Psychotherapie komplett über. Ich finde das auch extrem wichtig, das Thema. War nicht letzte Woche oder vorletzte Woche sogar Tag der Männerpsychologie, Gesundheit, irgendwie sowas? Weiß da einer was? Keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich irgendwas auf einer Social-Media-Plattform gesehen. Vielleicht finde ich das nochmal, da kann ich das vielleicht mal noch vorbereiten. Aber ich finde das Thema auch extrem wichtig und ich würde da auch auf jeden Fall wahrscheinlich sogar zwei, drei Folgen dann machen. Oder wir werden es dann immer mal wieder vielleicht zu einer Folge reinschneiden. Vielleicht nicht am Stück. Aber finde ich auch extrem wichtig. Und wir werden, nächste Folge werden wir auf jeden Fall damit starten. Das habe ich dir schon mal gesagt. Also mach dich schon mal schlau. Ich brauche mich nicht schlau machen. Ich bin ein Genie. Oder du bist ein Genie, dann kannst du es. Aber egal. Das werden wir auf jeden Fall safe machen, diese Folge. Weil die einerseits ins Trading mit reinfällt und andererseits ein so underratedes Thema ist, dass darüber meiner Meinung nach aufgesprochen werden muss auf jeden Fall. Ja, aber jetzt haben wir heute ein anderes Thema. Und zwar Thema, das klingt jetzt erstmal, man muss echt aufpassen. Hau einfach raus. Und zwar die Rolle der Frau heutzutage. Klingt auf den ersten Blick, also es soll sich beleidigen oder sonst was gehen. Es soll auch ein bisschen mehr in das Wirtschaftliche reingehen. Deswegen habe ich mir auch mal ein bisschen was rausgesucht. Auf jeden Fall, wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Benji hat es in der letzten Folge ziemlich am Ende gesagt und so, dass dir irgendwann mal Themen vorgeschlagen werden auf Google. Da gibt es ja auch diesen Sheet, wo du gemeint hast. Und dann wird dir was vorgeschlagen. Und irgendwann wurde mir mal dieser Artikel vom Handelsblatt vom 7.2.23 vorgeschlagen. Wer rettet unseren Wohlstand? Fragezeichen, Frauen, Ausrufezeichen. Und dann habe ich mir mal so drüber gedacht. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch von Robert Kiyosaki Fake gelesen hat? Nee, ich lese gerade tatsächlich ein Buch über die Rolle des Mannes. Also das Buch heißt, warum wir dringend gute Väter brauchen oder so. Das hat mir meine große Schwester geschenkt, da bin ich gerade dabei, das zu lesen. Aber da bin ich noch ganz am Anfang. Hast du es gelesen, René? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich kann es nur empfehlen. Und mir ist deswegen wahrscheinlich auch dieser Artikel ein bisschen mehr im Kopf geblieben. Weil wie gesagt, der ist schon etwas älter. Ich habe ihn aber abgespeichert. Und weil in diesem Buch auch drin stand, und das ist jetzt eben das, auf was ich so ein bisschen hinaus will, auf dieses gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche, die Frau ist das letzte Mittel, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Bitte jetzt keine Hassparolen von irgendwelchen Frauen da draußen. Das ist nicht böse gemeint. Das steht so in diesem Buch drinnen. Könnt ihr auch gerne lesen. Das ist an sich ein Top-Buch. Und hier geht es rein um die wirtschaftliche Sicht. Und das hat den Aspekt gehabt. Jeder weiß, wie es, gut, ich jetzt nicht. Wir kriegen es immer nur erzählt. Früher war die Rolle einfach, Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause, kümmert sich um das Kind. Dann kam aber, und das geht heutzutage ja kaum noch, wenn du normal, ich meine, Benji, bei euch wird es wahrscheinlich auch eher so sein, dass beide arbeiten, oder? Wir arbeiten beide. Wir haben, also ich bin im Moment ja aktuell in Elternzeit. Also ich arbeite gerade nicht und bin quasi Fulltime-Daddy. Und wenn ich manchmal so Sprüche von manchen Männern höre, letztens auf Reddit wieder von einem gelesen, der meinte, ja, jemand, der, Leute, die sagen, dass Kinderbetreuung schwerer ist als Arbeiten, der hat noch nie richtig gearbeitet in seinem Leben. Da denke ich mir nur, Junge, du weißt überhaupt gar nicht, wovon du redest. Du hast noch nie ein elf Monate altes Kind Tag und Nacht betreut. Die Aussage ist heftig. Das ist total die beschissenste Aussage ever, die ich jemals gehört habe. Wenn du ein Kind betreust, ist das nicht, du gehst nach acht oder neun oder von mir aus auch zehn Stunden arbeiten nach Hause und hast dann Feierabend, kannst dann eine Runde chillen und legst dich dann schön schlafen, hast deine acht Stunden Schlaf, stehst morgens wieder auf und gehst zur Arbeit. Nein, da bist du dauernd die ganze Zeit und dann ist die Kleine krank, dann hustet die sich nachts wach, dann bist du auch wach, dann musst du die wieder zum Schlafen bringen, dann will die nicht wieder einschlafen nachts, dann bist du nachts von zwei bis fünf Uhr morgens da am Stissel mit der Kleinen, bis die vielleicht mal wieder einpennt. Und das ist somit eine der krassesten, nervenraubendsten Dinge, die ich in meinem Leben hatte bis jetzt. Weil ich pfeife aus dem letzten Loch. Das verstehe ich. Ich bin selber auch krank dadurch, also erkältet, ich bin dauererkältet im Moment, hört man jetzt vielleicht nicht mehr so, aber ich fühle mich die ganze Zeit so angeschlagen, so, ich bin die ganze Zeit so am Limit, wo ich denke, ey, es muss nur noch ein kleines Ding passieren und ich bin total krank und du kannst mich erstmal für ein paar Tage, äh, äh, ähm. Und, also, das ist einfach nur heftig. Also, was die Frauen leisten oder in der Vergangenheit vor allen Dingen auch geleistet haben, was man ihnen überhaupt nicht anerkannt hat, diese Kinderbetreuung und den ganzen Haushalt schmeißen und so, was damals ja überhaupt nicht anerkannt wurde, dass das ein echter Mehrwert ist, weil die Kinder sind nun mal die Zukunft, ja, also. Du, du, du klaust mir gerade schon ein bisschen zu viel von dem, auf was ich da nämlich hinaus will, nämlich noch. Okay, ja, sorry, weil, nee. Du hast mich da gerade so getrickt. Ja, sorry, ich weiß nicht, ich meine, du bist in der Situation, deswegen finde ich es auch cool, dass du eben dabei bist heute bei dem Thema, deswegen habe ich das Thema auch ein bisschen aufgeschoben, weil ich deine Meinung dann extrem auch schätze. Ich meine, du hast ein Kind, du kannst es eher sagen. Und, äh, auf was ich eigentlich so hinaus wollte, früher war es völlig normal, Frau daheim, äh, Vater hat gearbeitet, weil es wirtschaftlich absolut ging. Wir hatten früher auch Inflation und sowas, aber früher, jeder hat sein Eigenheim gehabt, so gefühlt. Äh, die Frauen mussten nicht arbeiten, ein Einkommen hat absolut gereicht, um eine Familie zu ernähren. Heutzutage funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Und deswegen ist auch dieser Satz, den ich von Robert Kiyosaki vorgelesen habe oder auch diesen Überschriftstitel, die hängen schon sehr, sehr gut zusammen, meiner Meinung nach, dass wir heutzutage auch Frauen brauchen, die eben auch arbeiten, damit die Wirtschaft überhaupt noch am Laufen, äh, ja, gehalten wird. Und das Interessante ist, und da sieht man auch mal so ein bisschen so die wirtschaftliche Lage dahinter, habe ich noch vom Ärzteblatt einen Artikel rausgesucht, vom 26. Februar 2020, dass mittlerweile seit, äh, 2007, also 2007 waren 18 Prozent, äh, sind dann, äh, direkt nach der Geburt irgendwie wieder arbeiten gegangen oder so nach einer gewissen Zeit zwischen eins und zwölf Monaten. Was schätzt ihr, wie hoch die Zahl mittlerweile ist? Also, dass, dass man immer schneller halt wieder arbeiten gehen muss oder will oder wie die Gesellschaft das halt haben möchte? Ja, ja, man muss immer schneller wieder arbeiten gehen. Also mittlerweile bei uns ist es normal, bei uns in Bremen ist es normal, dass du das Kind nach einem Jahr in die Krippe gibst, damit beide Eltern wieder arbeiten gehen können, Vollzeit. Ja, und das tut schon weh in der Seele. Ja, und das Krasse ist in diesem ... Und das ist das Normale. Das ist früher so ... Früher war das mit drei, kam das Kind mit drei Jahren in den Kindergarten. Boah, du bist ... Hast du den Artikel gelesen, Alter? Nee, ich bin Papa. Ich weiß. Ja, ich weiß, aber du ... Das ... Ich find das einfach krass richtig grad suspekt, Alter. Du sagst hier genau diese Punkte, die ich jetzt hier gerade rausgesucht hab, ohne dass du irgendwas, äh, ja, jetzt irgendwie, dass ich euch vorher was geschickt hab. Und das ist jetzt eben grad das Interessante. Und darauf wollte ich jetzt eben auch wieder hinaus. Wie du sagst, dass die Kinder dann mit drei schon in den Kindergarten kommen oder teilweise sogar früher. Ey, es gibt Leute, die stecken ihre Kinder nach sechs Monaten in die Krippe. Finde ich absolut ... Sorry, wenn ich jetzt da viele Mütter vielleicht angreife, aber ich find's asozial. Außer bei Familien, denen es wirtschaftlich wirklich so scheiße geht, dass sie nicht müssen. Also, dass sie ... Dass das Kind in die Krippe muss. Was glaubst du, was ich jetzt für die Krippe ... Also, unser Kind wird auch jetzt im Januar, da ist es 13 Monate alt, äh, machen wir den Eingewöhnungsmonat. Und ab dann, also, da ist dann erst so ein Monat lang, wo du dann noch mit dem Kind zusammen dahin gehst und dabei bist. Du kannst ja nicht ein einjähriges Kind abgeben und gehst weg. Dann fängt dann heute das den ganzen Tag. Also, du hast so einen Eingewöhnungsmonat, wo du mit dem Kind zusammen da bist. Und dann werden diese Zeiten, wo du mit dem Kind zusammen bist, immer kürzer. Und das Kind ist dann irgendwann ganz alleine da. Und kommt dann auch klar. Natürlich mit den Betreuern, ne? Also, du lässt das Kind ja nicht erlachen. Ja, natürlich. Ich weiß schon ... Aber was glaubst du, was wir da zahlen im Monat? Ich glaub, 200 Euro. 800 Euro. Und das ist noch nicht alles. Meine Firma, das ist ein Krippenplatz, wo meine Firma eine Lizenz erst mal für erwerben muss. Sonst kannst du dein Kind da gar nicht hinschicken. Unsere Nachbarn, die einen Sohn haben, der zwei Wochen jünger ist als meine Tochter, also, der müsste jetzt im Januar auch ungefähr dann zur Krippe gehen, weil die auch beide eigentlich arbeiten wollen oder müssen. Die haben keinen Platz, weil die keinen Arbeitgeber haben, der da bei dieser Krippe eine Lizenz erworben hat. Das heißt, selbst wenn die 1.000 Euro oder 5.000 zahlen würden, würden die da nicht aufgenommen werden. Das heißt, es können erst mal von vornherein, da ist schon mal eine Vorauswahl von Leuten, die überhaupt nicht dahin schicken können. Und dein Arbeitgeber zahlt dafür Geld an diese Krippe. Und dann zahlst du noch mal 800 Euro im Monat zusätzlich drauf. Als ich das zu Hause erzählt habe, die haben alle gesagt, das kann nicht sein. Und dann wundern die sich, warum keiner mehr Kinder haben will, weil man es sich nämlich nicht mehr leisten kann. Ja, die kurze Verständnisfrage, Krippe ist dasselbe wie Kindergarten, was ja für sich ist oder für noch kleinere, für die Jüngsten? Also Krippe ist, glaube ich, genau, mir hat das letztens mal eine Mutter erzählt, für mich ist Krippe vor alles, was vor drei Jahren ist. Und Kindergarten ist ab drei Jahren. Okay, okay, danke. Auf jeden Fall, um auf die Statistik noch mal ein bisschen zurückzukommen. Früher, wie gesagt, waren es 18 Prozent aller Frauen mit ihren Kindern haben dann wieder arbeiten gegangen. Die Statistik ist innerhalb von 13 Jahren auf 41 Prozent gestiegen. Das heißt, wir hatten hier einen Anstieg von 23 Prozent, die genauso ihre Kinder dann früher in die Krippe oder in den Kindergarten gesteckt haben. Und da sieht man halt auch so diese wirtschaftliche Lage, wie hat sie sich so in den letzten Jahren entwickelt. Wir hatten massliche Inflation gehabt. Wir hatten, ja, alles ist im Endeffekt angestiegen. Häuserpreise, Inflation, alles, was du im Endeffekt hast. Dann natürlich, Kinder werden auch immer teurer. Das muss man auch dazu sagen. Und dann wundert es natürlich auch nicht, warum immer, immer mehr Werbung gemacht wird. Ja, die Frau muss schneller arbeiten, die Frau muss Karriere machen etc. pp. Das meine ich alles nicht böse, bitte nicht falsch verstehen. Aber so dieser Antrieb, der immer, immer mehr hier erzeugt würde, ich weiß nicht, ob das wirklich so auf Dauer einfach positiv ist. Auch, ich meine, zur Förderung von den Kindern einfach. Ich meine, man gibt teilweise die Kinder dann mit sechs Monaten oder wie es ihr jetzt macht, mit 13 Monaten ab. Man hat das Kind gezeugt. Man will ja auch was von dem Kind haben und so. Aber man kann es halt nicht nur oder zwei, drei Jahre daheim lassen, weil es geldtechnisch teilweise einfach nicht passt. Es ist eigentlich traurig, dass sich Eltern heutzutage nicht mehr sich um ihre eigenen Kinder teilweise kümmern können, weil es an der finanziellen Situation scheitert. Ja, also ich muss jetzt dazu mal was sagen an der Stelle. Es ist für uns persönlich in unserer speziellen Situation, jetzt gerade in der wir sind, nicht verkehrt, weil viele meiner Arbeitskollegen schicken ihre Kinder auch dahin. Also mit denen bin ich auch zum Teil befreundet. Also die kennen wir schon. Und das ist halt auch schon so ein bisschen soziales Interagieren. Die Kinder lernen da unheimlich früh auch soziales Verhalten anderen Kindern gegenüber. Also wir waren jetzt mit einem Kind zusammen, die auch in diese Krippe geht. Und die hat mit zwei oder mit anderthalb Jahren, man sagt ja eigentlich von eins bis drei sind Kinder in so einem asozialen Alter. Also da interessieren die Kinder sich nur für sich selbst und alles andere ist für die noch gar nicht existent, weil die können diesen Unterschied noch gar nicht machen. Die wissen noch gar nicht, was lieb und was böse und was egoistisch. Diese Begriffe sind alles abstrakte Sachen für die. Das wissen die noch gar nicht, was das ist. Höflichkeit, das kennen die alles nicht. Und dieses Kind hat alle ihre Spielsachen mit Tsunai geteilt. Also die kamen dann irgendwann sogar an und wollten ihre Wasserflasche mit Tsunai teilen. Und das war so süß einfach, weil die ist gerade mal anderthalb Jahre alt und die ist eigentlich noch gar nicht in diesem Alter, wo ein Kind dafür überhaupt ein Verständnis hat. So du und ich. Muss ich aber, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, muss ich aber fairerweise auch ein Einwand bringen, weil früher ging es doch auch. Das ging, ja, natürlich. Aber die Kinder lernen es halt früher heute. Die Kinder lernen viel früher schon dieses, ja. Müssen sie das? Muss sie noch früher lernen in gut mit lieb sein etc. pp. verstehe ich aber noch mehr. Nein, ich weiß nicht, ob die das, ich finde es eine schöne Sache. Und wenn du mal siehst, wie viele Leute oder wie viele Kinder mittlerweile eine Kinderpflegerin oder Kindergärtnerin, je nachdem, jeder möchte anders genannt werden, wie viele Kinder die mittlerweile betreut, meinst du da, dass da überhaupt nur so viel Zeit ist, um den Leuten oder den Kindern halt überhaupt noch so viel beibringen zu können? Ich meine, es gibt Kinderpflegerinnen, die betreuen 20, 25 Kinder teilweise. Also ich, also wenn du, wenn du, wenn du als Kinderpflegerin 20, sag ich mal, 6 Monate, ich glaube, das geht gar nicht. Du kannst nicht 20, 6 Monate alte Kinder gleichzeitig betreuen. Nee, davon rede ich nicht, aber es geht ja auch ein bisschen älter oder sowas, ne? Ja, aber das ist es halt, wenn die dann älter sind, dann haben die diese Skills halt schon drauf. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, 20 Stück von denen gleichzeitig zu betreuen. Verstehst du, was ich meine? Natürlich, aber wir hatten halt früher, hatten wir diese Probleme halt auch nicht, ne? Hat früher auch alles funktioniert. Ich meine, du... Ja, aber wir können ja nicht, wir sind ja... Früher hatten wir auch keine Computer. Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht ganz so krass sagen wie René, aber das stimmt. Wir leben ja nicht mehr im Frühjahr. Wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Natürlich, aber ich bin eher so ein bisschen, ich bin voll bei euch. Ich habe mir früher auch gedacht, ja gut, gibst das Kind halt ab, ne? Dann ist es verstaut. Du kannst weiter arbeiten, Karriere etc. machen. Aber mittlerweile denke ich da anders. Mittlerweile würde ich mir auch denken, lieber habe ich doch die finanziellen Mittel, mein Kind länger bei mir daheim zu haben, bei der Mutter, dass es dazu mehr eine Beziehung aufbaut. Ich habe die Erziehung dann in der Hand, anstatt mein Kind teilweise mit 6 oder 12 Monaten dann halt abgeben zu müssen, so gefühlt. Einen halben, dreiviertel Tag. Also wie gesagt, ne? Also mega interessant auch, weil du vertrittst hier genau die Ansicht von meinem einen besten Kumpel, der auch zu mir sagt, was, bist du verrückt? Du kannst ja nicht mit 12 Monaten, schon in der Gräbe gehen. Ich so, Alter, es geht nicht anders. Wir kriegen das nicht, wir haben ein Haus, wir müssen das abbezahlen. Wir haben die Raten, die Zinsen steigen immer weiter. Naja, mal gucken. Ja, deswegen, das ist auch nicht böse gemeint, jetzt hier gegenüber. Ich verstehe das. Wenn es finanziell, wenn es finanziell sein muss, dann ist es ja, dann geht es nicht anders. Ich meine, wir können das Haus verkaufen, aber das wäre auch kacke. Ja, natürlich wäre das kacke. Aber das, darauf wollte ich jetzt auch nicht hinaus, aber es ist halt, ist denn jetzt genau die Rolle der Frau? Manu, bitte. Was? Naja, die Rolle der Frau ist, das ist ja, wenn ich das so sehe, an den ganzen Wirtschaftszahlen, was die so, jetzt immer so bringen, dass es im Grunde genommen immer größerer Fachkräftemangel gibt und dass wir im Grunde genommen dafür sorgen müssen, in der Gesellschaft, dass die Frau noch schneller und noch besser, und effizienter weiter arbeiten kann. Noch mehr Vollzeit. Noch mehr Vollzeit und noch weniger Kinderbetreuung und im Grunde genommen ist das der Witz an der ganzen Geschichte, das habe ich jetzt gestern gerade irgendwo wieder einen Bericht drüber gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich sehe immer so vieles, dass ich nicht mehr einordnen kann, was ich wo aufgeschnappt habe. Aber da wurde halt genau dieses Paradoxon dargestellt. Uns fehlen Erzieherinnen, weil wir nicht genug Erzieherinnen haben, die sich um die Kinder kümmern, damit die Erzieherinnen wieder schneller zurück in den Beruf können. Richtig. Also das heißt, die Katze beißt sich da einen Schwanz. Also uns fehlen die Erzieherinnen, weil wir nicht genug Erzieherinnen haben. Genau. Das Krasse ist, ich habe noch ein Zitat, das ist aber, finde ich, meiner Meinung nach ein bisschen härter. Und zwar ist es von, warte, jetzt muss ich nochmal gucken, Nikolas Rockefeller. Weiß nicht, kennt ihr, Rockefeller ist jedem ein Begriff, denke ich jetzt einfach mal, oder? Einer der reichsten und einflussreichsten Familien, wahrscheinlich der Welt. Mein Vater hat das immer gesagt. Ah, ich weiß, welches Zitat jetzt kommt. Ja, ja, erzähl gerne, ich möchte das gerne von Abys. Das wurde mir, und da kommt wieder so ein bisschen dieser Algo ins Spiel, nachdem ich dieser Artikel durchgelesen habe, wurde mir genau dieses Zitat dann irgendwann vorgestellt. Das ist schon krass. Auf jeden Fall, ich lese das jetzt einfach mal vor. Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung, steuern jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss einer intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaften und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten, für die angebliche Karriere, konsumieren, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Ja, und da sind wir selber dran schuld. Wir müssen weniger konsumieren. Und was ist jetzt dein Bild der Frau, Manu? Meiner Meinung nach finde ich, äh, finde ich die alte Schiene ganz ehrlich ein bisschen besser, dass du, äh, ich finde halt, es wird heutzutage einfach so viel Wert darauf gelegt, wie eine Frau sein muss. Jeder kann doch selber entscheiden. Es gibt auch Artikel, ich, äh, da habe ich jetzt die Quelle jetzt nicht mehr drauf gefunden, wo auch verschiedene befragt wurden, die sich teilweise dann eingeschüchtert, ja, ich muss doch Karriere machen und sowas, äh, ich will keine, äh, ich muss oder will keine Hausfrau mehr sein. Äh, so, du wirst halt immer mehr in diese Rolle reingesteckt und das, das finde ich ein bisschen, äh, traurig, jeder soll doch selber entscheiden. Aber ich bin halt so, vor allem, was Kinder, äh, anbelangt, bin ich einfach so der Meinung, äh, versuch doch dein Kind und deine Erziehung nicht in fremde Hände irgendwie reinzugeben, ne? Versuch doch, solange wie möglich, solange es finanziell möglich ist. Es gibt Leute, die sind steinreich und tun ihre Kinder mit sechs Monaten in die Krippe, wo ich mir denke, jo, wozu habt ihr euch Kinder in die Welt gesetzt teilweise, ne? Das ist meine persönliche Meinung. Aber wenn du doch... Die wollen halt steinreich bleiben. Ja, aber... Wir weisen nicht. Dafür brauchst du zwei Arbeiter, um steinreich zu werden? Vollshit. Finde ich auch. Das ist absolut meine Meinung. Naja, die sind halt, äh, die sind halt ein Lifestyle gewohnt. Ja, aber warum, warum setzt du dann ein Kind in die Welt? Ein Kind ist dafür da, einerseits natürlich, äh, Nachkommen zu erzeugen, ist absolut klar. Aber ich meine, du willst ja auch, äh, Zeit mit dem Kind verbringen. Du willst eine Familie werden. Du willst, äh, deine Werte vielleicht auch deinem Kind weitergeben. Du willst sehen, wie es aufwächst. Du willst die ersten Worte hören, die ersten Schritte und sowas. Und damit tust du ja im Endeffekt dein Kind weiterhin in fremde Hände geben. Du kriegst vielleicht gar nicht mehr so alles mit. Und das sind so Probleme, die sich natürlich auch durch die wirtschaftliche Lage immer weiter, äh, natürlich verschlechtert. Und du dann natürlich, äh, auch auf die Frauen angewiesen bist, dass sie arbeiten müssen. Und gar nicht mehr, äh, vielleicht teilweise auch zurück in diese Rolle teilweise möchten, ne? Ja, Manu, weil du grad sagst, du möchtest ja auch Zeit mit deinem Kind verbringen. Ähm, das sind alles natürlich sehr schöne Worte. Und natürlich möchte man auch Zeit mit seinem Kind verbringen. Und ich war ja einen Monat jetzt auch getrennt gewesen von, äh, meiner Tochter. Und, ähm, das war auf der einen Seite sehr hart, weil ich sie sehr vermisst habe. Und auf der anderen Seite war das das erste Mal, seitdem sie geboren war, also das erste Mal seit, da, seit neun Monaten, dass ich mal wieder normal schlafen konnte. Das war auch mal eine schöne Erfahrung, mal wieder zu schlafen. Und es war, und es war auch das, ähm, und es war auf der anderen Seite natürlich auch schön, sie mal zu vermissen. Sie mal vermissen zu können. Weil wenn du 24-7 mit diesem Kind abhängst, hast du gar keine Chance, sie zu vermissen. Und das ist das, was ich vorhin ja, glaube ich, schon mal gesagt habe. Du kaufst irgendwann nervlich auf der Felge. Und du kannst diese Momente nicht mehr so wirklich genießen, weil du einfach am Ende bist. Du bist erschöpft. Du hast einen Schlafmangel. Du wirst dadurch langsam immer mehr krank auch. Also jetzt gerade im Winter halt, wo man sich jeden scheiß Virus auf der Straße einfängt. Ähm, oder wir sind beim Eltern-Kind-Krabbeln. Dann wird die Kleine krank, dann wirst du krank, dann passt du, dann hatte ich einen Tag, äh, ich erzähle jetzt mal aus dem Nähkästchen, wo ich krank war und sie war auch krank und meine Frau war arbeiten. Und ich war, und ich war wirklich richtig krank. Ich hätte eigentlich, also das waren, hätte ich ja kein Kind gehabt, also in Zeiten, wo ich kein Kind hatte, hätte ich mich einfach ins Bett gelegt und den ganzen Tag nur gepennt und vielleicht mal noch einen heißen Tee getrunken und das wäre es gewesen. Und an dem Tag musste ich mich noch um ein Kind kümmern, was selber auch noch krank war und die ganze Zeit eigentlich nur geheult hat, weil es krank war und weil es dem Scheiße ging. Das macht nicht fettig. Kinderkrankengeld gibt es dafür. Hab ich, echt? Wusste ich gar nicht. Zehn Tage pro Elternteil. Ja, aber wegen, weil sie, okay, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Das müssen wir gleich nochmal machen. Es gibt ja schon staatliche, deswegen habe ich jetzt den Punkt jetzt gerade nicht verstanden, weil im Endeffekt kann ja deine Frau auf Kinderkrankengeld daheimbleiben und dann kannst du dich entspannen. Fertig. Ja, meine Frau ist arbeiten gegangen, weil meine Frau halt auch, meine Frau war jetzt halt über ein Jahr raus von der Arbeit. Meine Frau möchte auch gerne arbeiten. Das ist nicht, dass die Gesellschaft sie dazu zwingt. Nee, natürlich nicht. Verstehe mich da echt nicht falsch. Also ich will nicht, dass das so rüberkommt. Nein, ich rede ja auch nur jetzt von meiner speziellen Situation. Es mag ja auch noch andere Situationen geben. Da gebe ich dir auch vollkommen, ich rede ja gar nicht jetzt gegen dich. Ich rede nur jetzt gerade mal bei, wie es jetzt bei uns ist. Das ist ja auch nur anecdotal evidence. Das hat ja nichts mit der Allgemeinheit zu tun oder wie es bei anderen jetzt ist. Aber da war es halt so. Und deswegen dieser Satz, ja, man möchte ja auch Zeit mit deinem Kind verbringen. Glaub mir, du hast genug Zeit mit deinem Kind, die du verbringen kannst. Auch wenn du dein Kind schon mit sechs Monaten weg gibst. Also ich persönlich würde es jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, es gibt andere, mit denen ich geredet habe, wie zum Beispiel auch mein bester Kumpel, einer meiner besten Kumpels, der zu mir gesagt hat, ich würde, ich hätte mein Kind nie mit eins weggegeben. Ja, schön. Der hatte aber auch eine Frau, die hat ihr Studium unterbrochen, hat sich Fulltime nur um die Kinder gekümmert, die war nicht arbeiten und nix. Und er hat schon weiter Halligalli-Highlife gemacht. Er ist weiter auf Tournee gegangen, konnte weiter ins Studio gehen und aufnehmen, trotz Kind, weil seine Frau ihm den Rücken freigehalten hat, weil die komplett alles stehen und liegen lassen hat für die Kinder. Und das haben wir nicht. Die Situation, das können wir uns gar nicht erlauben, weil sonst verlieren wir das Haus und das würden wir gerne vermeiden. Und deswegen haben wir da nicht so wirklich die Wahl und deswegen haben wir nicht wirklich die Wahl zu sagen, ja, wir geben das Kind halt nicht ab nach einem Jahr, weil wir arbeiten müssen. Weil nach einem Jahr kriegst du vom Staat keine Hilfe mehr. Elterngeld gibt's nur insgesamt für 14 Monate. Nee, kannst du verdoppeln, aber halt nur die Hälfte. Hm? Kannst du verdoppeln, aber gibt halt nur die Hälfte. Kannst du verdoppeln, kriegst aber nur die Hälfte, hast am Ende das Gleiche raus. Also netto Geld kriegst du nicht mehr raus. Nee, natürlich nicht. Du musst es dir nur dann anders einteilen und ich hab das Geld lieber bei mir auf dem Konto liegen als bei der Familienkasse. Deswegen, ich kann ja mit Geld umgehen. Ich bin ja jetzt nicht derjenige, der das dann sinnlos aus. Das macht für Leute Sinn, die nicht damit umgehen können, dass wenn sie dann so viel Geld auf einmal kriegen, dass sie das dann lieber strecken über eine längere Zeit. Das macht Sinn. Es gibt auch extra Rechner. Das Elterngeldsystem ist so kompliziert, habe ich jetzt letztens gerade wieder gehört, dass die meisten gar nicht, ja, ich weiß nicht, nehmen wir Video auf? Kommen wir auf YouTube? Nee, bis jetzt noch nicht. Es ist ein richtig dickes Pamphlet, über Gesetze, wie du Elternzeit richtig beantragen musst und blablabla. Das habe ich mir alles gar nicht durchgelesen. Ich habe einfach nur den Standardding gemacht, gedacht, hier komm, wir machen das so und so. Haben uns mit meiner Frau darauf geeinigt und hätte man wahrscheinlich auch noch optimieren können, wenn du das richtig gemacht hättest mit Partnermonate und Partner Plus und Elterngeld Plus und das Ganze, wenn du das machst, dann kannst du da vielleicht den einen oder anderen Euro mehr rauskitzeln noch, aber das war mir dann auch am Ende alles zu kompliziert und ja, das ist halt so und das Elterngeld wollen sie jetzt, das wollen sie jetzt auch noch kürzen. Also das wollen sie ja jetzt auch noch, da wollen sie ja jetzt auch noch wieder ran, dass Eltern ab einem bestimmten Einkommen, dass die dann irgendwie kein Elterngeld mehr kriegen. Wenn die, das Ding ist, wenn du so ein Einkommen hast und dir dementsprechend zum Beispiel ein Haus kaufst, was nach dem Einkommen sich richtet, dann kannst du dir kein Kind mehr leisten, wenn du dann kein Elterngeld mehr bekommst, weil die sagen, die Argumentation ist ja, ja, die haben ja genug Geld, aber du hast ja auch einen gewissen Lebensstandard. Ich meine, wir hätten uns dieses Haus nicht gekauft hier in Bremen, wenn wir dieses Einkommen nicht gehabt hätten, dann hätten wir es uns nicht leisten können. Wir haben jetzt ein annehmbares Einkommen, dadurch, dass wir beide einarbeiten gehen, aber das heißt nicht, dass wir reich sind, weil das geht halt alles ins Haus, das ist halt nicht liquide, dieses Geld. Das liegt nicht vor, damit können wir nicht irgendwie einkaufen gehen oder so, da steckt alles im Haus und deswegen ist dieses, ist das eine Milchmädchenrechnung zu sagen, ja, ab dem und dem Einkommen gibt es dann halt kein Elterngeld mehr, weil die haben ja eh genug. Das ist Quatsch. Das müsste nach der individuellen Situation bewertet werden, ob die Leute Elterngeld unterstützt werden müssen vom Staat oder nicht. Ich kann verstehen, dass man den Reichen nicht noch mehr den Arsch pudern will, kann ich nachvollziehen, aber da muss man das je nach Situation und nach Lebenslage machen, da muss das Ganze flexibler werden und das ist in Deutschland ganz schwer. Einfache, flexible Modelle zu schaffen ist extrem schwer. Ich weiß nicht, warum es andere Länder wie Finnland, Schweden und immer so, die schaffen es auch irgendwie alle. Warum das da einfacher ist, weiß ich nicht, aber bei uns muss das alles immer super kompliziert sein. Mit Bürokratie ohne Ende und 20.000 Formblätter ausgefüllt und ja. Was sagst denn du zu allem, René? Bist du still? Benji macht mich fällig. Ich hatte eben zu vier Punkten, wozu ich was sagen wollte, wozu ich anderer Meinung bin und dann hat der fünf Minuten durchgequatscht und ich denke, Deswegen, ich habe es mir schon gedacht, dass du... Nein, alles easy, alles gut. Nee, ich betrachte halt vieles auch wieder so ein bisschen anders, was ja auch gut und okay und auch richtig so ist. Zum einen denke ich mir, ich komme jetzt mal auf einen Punkt zurück so und zwar Vermissen meiner Tochter ist schön. Ich denke mir, Vermissen ist für mich grundsätzlich kein schönes Gefühl. Von daher hört sich das für mich so an, ey, ich rede mir das schön, dass ich mein Kind abgebe. So kommt es so ein bisschen bei mir an, für euch ist es vielleicht nicht so. Das ist das, was bei mir einfach so ankommt und bei mir blutet wieder das Herz und die Seele, wenn ich darüber nachdenken würde, mein Kind mit einem Jahr, mit sechs Monaten oder mit anderthalb Jahren abzugeben, in eine Krippe, in einen Kindergarten oder whatever an der Stelle. Das möchte ich überhaupt nicht. Ich persönlich vertrete auch das alte Familienbild, was ich sehr, sehr schön finde. Man verdient das Geld, Frau ist zu Hause, kümmert sich nur um die Kinder, Frau muss nicht mehr arbeiten gehen, Frau kümmert sich so ein bisschen um den Haushalt, um Essen, Bedürfnisse des Kindes, Bedürfnisse des Mannes und so weiter und so fort. Weil ich persönlich, ist jetzt wieder so meine Seite, ich kann, ja doch, ich kann schon kochen, aber ich habe keinen Bock zu kochen. Meine Freundin ist so lieb, die macht mir morgens meinen Joghurt fertig, wenn ich aufstehe, dass ich morgens meinen Joghurt essen kann, weil ansonsten würde ich den ganzen Tag über, bis es abends essen, gibt nichts essen. Ist einfach so. Halte mich meinetwegen für bekloppt, für kernbehindert oder was auch immer an der Stelle. Ist aber so, ich finde dieses alte Familienbild wunderschön. Frau ist zu Hause, Kind ist zu Hause, Mann geht arbeiten, ich gehe halt mit meiner Arbeit, meiner absoluten Leidenschaft nach und bin in der Lage und habe das, Glück ist das falsche Wort, und habe diese Freiheit, zwölf bis sechzehn Stunden lang das zu machen, was ich liebe und was ich gerne mache. Und das tut mir einfach gut. Und wenn ich andere Familien mir auch angucke, zum Beispiel im nahen Bekanntenkreis, Frau, zwei Kinder, Mann geht arbeiten, Frau war jetzt auch anderthalb Jahre zu Hause, die haben sich halt ein kleines Puffer gespart, um das Ganze halt auch zu stemmen, was ja auch okay ist. Und du siehst halt immer so, der Mann geht arbeiten, Frau ist mit den Zwillingen so gefühlt komplett von A bis Z überfordert stellenweise auch. Mann ist den ganzen Tag weg, tut sich das eine kein weh, baut das andere Kind scheiße, während sich Mutter um das andere Kind kümmert. Und ich schufte stellenweise wie ein Bekloppt auch, wenn bei mir stellenweise gerade nicht regelmäßig Videos online kommen, dafür, das alles so auf die Beine zu kriegen, dass meine Frau zu Hause bleiben kann, beziehungsweise Freundin, sich um Kind, Haushalt und Hausfrau sein kann. So, ich möchte damit nicht irgendwie darstellen, dass Hausfrau sein, Kinderbetreuung irgendwie ein leichter Job ist. Überhaupt nicht. Locker gleichzustellen mit dem, was der Mann an der Stelle macht. Nur auch evolutionsmäßig bedingt ist die Frau, was heißt evolutionsmäßig, auch menschlich bedingt ist die Frau mehr dafür geschaffen, sich um das Kind zu kümmern und um den Haushalt und so weiter und so fort, um Essen und so weiter und so fort. Ich glaube, da triggerst du gerade extrem viele Frauen, die uns jetzt zuhören bei solchen Aussagen. Nee, deswegen, das ist mir scheißegal. Das ist seine Meinung. Ich sag ja auch, das ist nicht böse gemeint, dieses Thema, das war mir auch ganz, ganz wichtig, aber deswegen, was René sagt, das ist seine Meinung einfach. Finde ich auch voll. Und ich finde das auch schön und ich finde es auch richtig. Naja, weil er sagt, evolutionsbedingt ist die Frau, das ist ja schon, Ja gut, aber hat er schon ein bisschen recht. Also vergangenheitsmäßig ist es einfach so. Früher in der Steinzeit sind die Männer einfach jagen gegangen. Oh, das wird gerade auch in Frage gestellt, ob das wirklich so war. Da haben sie neue Erkenntnisse wieder, wo sie sagen, die Frauen sind auch mit jagen gegangen und das war eine Gemeinschaftsaufgabe. Die haben alle abends in der Höhle gesessen und auf die Kinder zusammen aufgepasst. Also das ist nicht unbedingt so. Ja, natürlich, dass du abends zusammen gemeinsam auf die Kinder aufpasst. Das steht ja auch nicht in Frage oder so. Ja, aber diese, dieses Argument von das evolutionsbedingt und das war ja in der Steinzeit schon so, da sind die sich nicht mehr so sicher, ob das wirklich schon so war in der Steinzeit, ob das nicht erst durch uns so gekommen ist, weil die Männer waren halt alle, ich meine, die Männer sind halt, ich meine, wir leben halt in einem Patriarchat. Guck dir mal die Matriarchate an, die es auf der Welt auch gibt, Südamerika oder so. Musst du mal über den Tellerrand gucken, dann siehst du auch, dass es andere Formen gibt, die auch schon in ihrer Urzeit anders funktionieren. Ja, deswegen kann man nicht sagen, dass es evolutionsbedingt oder so. Sagen wir aber, das stimmt. Ich glaube, das ist, ich sag ja auch mal, für die Jahre gegangen sind, sind Männer gewesen, sag ich mal, dass Frauen immer dabei gewesen sind, möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber vielleicht auch für die Feinmotorik, um Pfeilen zu bauen oder whatever an der Stelle so. Ja. Aber ich stelle es jetzt auch einfach mal so dahin, es ist auch mit Menschen, die in dem Thema wesentlich tiefer drin sind, habe ich mich auch darüber unterhalten. Und es ist einfach so geblieben, dass die Frau in viel, viel größeren Fällen zu Hause geblieben ist, sich mit den anderen Frauen ausgetauscht hat, Kinder behütet hat und, und, und. Dadurch ist die geistige Psychologie der Frau auch einfach ganz, ganz anders gestrickt dahinter. Daher hat es auch den Grund, dass eine Frau ihren Mann meistens wesentlich, was heißt meistens, im Grunde wesentlich besser kennt als Mann seine Frau. So, es gibt kaum einen, der das überhaupt abstreiten würde. Warum? Weil Frauen darin wesentlich besser sind, Gestiken, Mimiken und so weiter zu interpretieren im Vergleich zu Männern. Das glaube ich auch. So, und es ist auch okay, wenn da jetzt Frauen draußen sind und sagen, nee, überhaupt nicht. Ich will, dass mein Mann zu Hause bleibt. Ich will Karriere machen und, und, und. Das ist auch wirklich gut und richtig so. Und diese Frau unterstütze ich an der Stelle auch, wenn es das ist, was denen gut tut, was die wollen und was die im Leben glücklich macht. So, diese Meinung ist ja nicht für alle gleichbleibend so. Nur ich habe mit meiner Frau, Freundin sehr, sehr häufig darüber gesprochen. Und sie hat auf jeden Fall Interesse daran und fände es dann wirklich schön so. Und wenn ich auch sehe, wie sie mit den Kindern ihres Bruders umgeht, sie hat einen sehr, sehr großen und starken, pädagogisch wertvollen Einfluss auf diese Kinder. Und das ist unglaublich. Dabei geht mir immer richtig das Herz auf. Und ich denke mir, ich würde das im Leben so nicht hinbekommen. Ich würde da eher wie ein Atompilz hochgehen bei manchen Sachen. Ja, ich sage dir, es ist hart. Ich kann es dir sagen. Sei froh, dass du so eine Frau hast, bei der ihr euch da so einig seid und so. Ich hätte da auch nichts gegen gehabt, wenn es bei uns so gewesen wäre, sage ich jetzt mal. Es ist bei uns aber nicht so. Meine Frau tickt da halt auch ein bisschen anders. Die ist mehr so die moderne Frau, die auch arbeiten möchte. Ist ja vollkommen okay. Genau. Und ich sage auch nichts dagegen. Ey, jeder muss das so machen, wie es bei ihm funktioniert, wie es in seiner Beziehung funktioniert. Ich sage nur, ja, ich hätte da wie gesagt auch nichts dagegen gehabt, wenn es bei uns jetzt so gewesen wäre, dass ich jetzt der Mann quasi das klassische Rollenbild. Ich gehe arbeiten, sie bleibt zu Hause, passt auf Kind und Haus und Hof auf und so. Hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Ist tatsächlich, kann ich dir jetzt schon mal sagen, ist für dich bequemer. Weil es ist verdammt anstrengend, wenn du dich um den ganzen anderen Scheiß auch noch mitkümmern musst. Also neben deiner Arbeit und Kinn und selber kochen und selber Wäsche waschen und selber aufräumen und Staub putzen und Fenster putzen und den ganzen Scheiß, der dazu gehört. Wenn du das alles selber noch mitmachen musst, dann weißt du Bescheid, was du am Ende des Tages geleistet hast. Habe ich keinen Bock drauf. Ist nicht meins. Würde ich mich nicht wohlfühlen. Wenn ich alleine wohnen würde, ich würde mich mein ganzes Leben von fertig gerichten. Ist einfach so. Ich würde mir eine Putzfrau holen, die einmal alle zwei Wochen kommt, alles sauber macht und ich würde mich ansonsten nur von Fertiggerichten ernähren. Ich würde Essen bestellen. Bin ich offen und ehrlich. Jeder Mensch hat an der Stelle seine Defizite. Jeder kann andere Sachen gut. Wenn ich alleine wohnen würde, würde ich das auch so machen. Glaubt mir. Was ist denn los bei euch? Aber ich wohne nicht alleine. Für solche Fälle wurde der Thermomix erfunden, sage ich mal. Selbst den würde ich es nicht machen. Ich müsste ja Gemüse schneiden. Nee, das macht der Thermomix. Verstehst du das Problem? Macht der Thermomix alles. Also der Thermomix könnte eine Paprika schneiden oder eine Birne oder eine Mango. Ja, je nachdem, wie groß du es halt haben willst. Nee, so ein mundgerechter Häppchen, weißt du? Ja, pfff. Mundgerecht. Auflauf. Keine Ahnung. Irgendwas macht er schon. Ist ja auch wurscht. Aber ja, ich denke, wir sind uns alle einig. Einerseits, es sollte auf jeden Fall komplett abgesprochen sein, dass es auch okay ist, wenn die Frau heutzutage daheim bleibt, auch wenn es immer mehr, sage ich mal, in Karrierefokus auch gerückt wird. Wir kommen nicht ganz ehrlich darum rum in der wirtschaftlichen Lage, dass alle mit anpacken müssen. Klingt auch irgendwie strange, dieser Satz. Aber es funktioniert halt teilweise einfach nicht mehr anders. Also durch die wirtschaftliche Lage, es geht immer mehr bergab, es wird alles teurer. Da muss wirklich jeder mit eingreifen. Und das finde ich, um jetzt nochmal wieder so den Peak auf ganz am Anfang zurückzubekommen. Ich weiß, dieser Satz klingt hart von Robert Kiyosaki, aber es stimmt halt irgendwie, dass man sagt, okay, die Frau ist aufgrund der letzten Jahrhunderte, wo wirklich nur alle Männer gearbeitet haben, das möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen, wo eigentlich der Mann der Hauptverdiener war, aufgrund diesen Fakten, an dem ist ja dieses Zitat entstanden, ist die Frau heutzutage das letzte Mittel, um die Wirtschaft noch so am Laufen zu lassen und natürlich auch im Endeffekt, ja, dann auch noch Geld mit reinzubringen, weil anders läuft es nicht. Wenn wir nicht die Frauen noch hätten, und das ist jetzt auch mal ein verdammt wichtiger Satz, wäre unsere Wirtschaft auch den Bach runter, oder würde unsere Wirtschaft auch den Bach runtergehen. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil es einfach meiner Meinung nach auch stimmt. Wenn keine Frau arbeiten würde, dann hätten wir einerseits nicht diesen Wohlstand und wahrscheinlich auch, ja, dann hätten wir einfach nicht diesen Wohlstand. Dann würde es unsere Wirtschaft wahrscheinlich noch schlechter geben. Finde ich einen wichtigen Satz, der ist mir jetzt gerade eingefallen, aber es stimmt einfach, oder? Ja, ja. Keine Ahnung, die können bei der ZB auch einfach Knöpfchen drücken und wir haben Wohlstand. Das ist das, was sie am besten können. Es waren damals die Trümmerfrauen, die nach dem Zweiten Weltkrieg, die Deutschland wieder mit aufgebaut haben. Die Männer waren ja alle entweder im Krieg gestorben oder verletzt oder sonst was. Es ist verdammt wichtig und es wird auch... Da kam das, da fing das an mit der Emanzipation. Ja, und es ist ja auch wichtig, es ist verdammt wichtig, dass auch dieser Schritt geteilt wird. getan wurde. Nur, man muss die wirtschaftliche Seite sehen, es geht auch teilweise halt nicht mehr ohne. Das ist halt dieser negative Aspekt, der aber auch keinen Fall negativ ausgelegt werden sollte. Bitte nochmal an alle Frauen, das ist nicht böse gemeint, die ganze Folge, das ist ganz normale, es sind ja im Endeffekt Fakten, es ist einfach so und es hat sich jetzt rein auf diese Zitate eben bezogen. Ich würde mich an der Stelle dann schon mal jetzt gerne fassen, weil wir sind beim Thema Frauen, meine Frau ruft mich gerade, ich muss jetzt... Perfekt, auf die Kleine aufpassen und ins Bett bringen, weil meine Frau muss morgen früh aufstehen und arbeiten gehen, während ihr aufs Kind aufpassen. Perfekt. Nee, dann wünsche ich mir schon mal einen schönen Abend, genießt die Zeit, viel Erfolg, danke, dass du wieder dabei gewesen bist, hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, wieder mit euch hier reden zu können und wir werden in Zukunft wahrscheinlich wieder häufiger miteinander aufnehmen. Auf jeden Fall. Ich hoffe es auch. Perfekt, dann ciao, Benji schon mal. Und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben oder eure Meinung generell zu dem Podcast. Wie gesagt, nehmt es uns nicht übel oder sonst was, es ist ein ganz normales Thema, es ist ein wichtiges Thema und ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Auf jeden Fall, René, wenn du jetzt noch was zu sagen hast, kannst du es gerne sagen und ansonsten warst du es von mir, wünsche euch ein schönes Wochenende und René hat die Abschlussworte für euch. Ja, an der Stelle, da das eben so ein bisschen bereits interpretiert wurde, dass ich sehr, sehr viel gegen die Frau geschossen habe, so kommt jetzt nochmal ein Gegenargument. Ich habe auch manchmal stellenweise das Gefühl, aufgrund der gepanschten Milchprodukte und alles und so weiter und so fort, da die Kühe immer noch schwanger gehalten werden und da Männer auch sehr, sehr viel Milch konsumieren, bin ich der Meinung, dass die auch viel zu viele weibliche Ammoner haben, stellenweise manchmal auch ein bisschen verweichlicht sind. Nein. Ist das nicht sogar nachge... Also ich sehe das ja auch ein bisschen so... Leithuschwasser und Anti-Baby-Pille im Leithuschwasser? Aber ich sehe es ein bisschen skeptisch, wenn du... Sorry, aber es klingt komisch, aber ich meine, Milch ist für ein Neugeborenes. Ich weiß nicht, ob Milch wirklich dafür gegeben ist, einen menschlichen Körper zu ernähren, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen, ich trinke keine Milch mehr, ich versuche mich von Milchprodukten fernzuhalten, das ist nur meine Sache, du hast mir das Wort. Nein, ich wollte gerade auch noch ein bisschen rumblödeln. Leute, an der Stelle, macht immer das, was euch am besten gut tut, was euch und eurer Beziehung gut tut, wie es zu eurer Lebenssituation passt. Macht das, was euch glücklich macht, nicht das, was euch mit Schmerzen, Trauer oder Wut erfüllt, sondern das, was euch am Ende des Tages gut fühlt. Es ist super, wenn ihr als Frau Karriere machen wollt, es ist super, wenn ihr als Mann Karriere machen wollt, es ist super, wenn ihr Hausmann sein wollt, es ist super, wenn ihr Hausfrau sein wollt. Das ist alles völlig in Ordnung, jedem seine Meinung. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, haut rein und bis zum nächsten Mal. Boing Flip.